Was ist das für eine Sauerei? Gib's zu, Sammy, da hast du wirklich nicht Bock drauf, oder? Nee, wirklich gar nicht. Irgendeine Nachricht, die du dem Johannes per Video schicken möchtest? Anderer Job? Für dich oder für ihn? Etwas, was er kann. Ja, ja, das passiert halt. Du bist ein erstes Talenten an die Straße aus, oder? Erste Mal Sachsenring, hei, hei, hei. So ist es halt. Er kriegt von mir so eine Wolfsdachs-GT-Rästin. Da kann man daheim üben, nicht üben. Und er kommt nicht mal von drüben. Aber kann üben. The car is shit. Oh, oh. Ja, ja. Ja. Man wird's doch aufnehmen, dass da jetzt noch Katamina ist von so an. Ja, keine Fehler, genau. Hm. Tja. Oh, oh. Na, ist das der neue Kieselstein-Kanal? Ja. Wow. Das ist quasi so ein Kieselstein. Tja. 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 So ist es halt mit dem Kieselstein, hei. Tja. 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 und ich clean nicht heute, einer dann aber bald. Hoffentlich nicht morgen. Tja.